Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play und heute werde ich euch mal im Anschluss an dieses Let's Play hier, also an 5 bis 8 Minuten, keine Ahnung wie lange ich hier bin, die Map zeigen, die ich schon mal gezeigt habe. Meine Singleplayer-Welt ist das und ja, das werden wir dann uns mal anschauen und ja, den Fortschritt betrachten, den ich seit dem letzten Mal gemacht habe. Denn ich glaube, da ist einiges zusammengekommen und das lohnt sich schon wieder, da mal reinzugucken und ja, ich kann ja jetzt mal gucken, dass ich hier vielleicht das mal fertig stelle mit dem Feld. Ich wollte ja hier vorne eventuell noch so Streifen wie hinten hin machen und ja, das kann ich ja jetzt mal probieren. Habe ich noch? Ah ne, habe ich nicht. Na toll. Ich habe nicht mal hier die Teile dabei zum Glatthaken. Ist ein bisschen doof, aber wir haben glaube ich eh noch ganz viele Lacks, was das angeht und ja, das bedeutet, dass wir da eben noch ein bisschen ran müssen. Allgemein auch zur Bepflanzung des Feldes muss ich noch mal schauen, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, ist nicht ganz so einfach und ja, deswegen muss ich das dann noch entscheiden. Ich glaube, hier muss ein Block hin. Dann machen wir das mal kurz. Geht er bis unten dann? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ist natürlich dann auch ein bisschen viel Aufwand. Obwohl, na gut, es geht. Ich habe schon aufwendigere Sachen gemacht, aber ja, es gibt auf jeden Fall auch Angenehmeres. Wie zum Beispiel, wenn ich mal Holz dabei hätte. Das wäre schon mal sehr angenehm. Ja, in der Kiste ist glaube ich auch nichts. Da gehe ich lieber gleich ins Lager sofort und gucke mal danach, weil da ist die Wahrscheinlichkeit schon noch höher. Und irgendwie habe ich wieder kein Essen dabei. Es schlaucht wieder, keine Ahnung. Ich gehe mal ins Haus und muss mir da auch noch was holen. Und ja, dann bin ich ja mal gespannt, was er so sagt zur Welt, die ich euch gleich zeige. Ist halt immer so ein Mini-Let's-Show, muss man ja sagen, auch wenn es nur eben sehr, sehr selten kommt. Aber, ja, man kann ja immer mal reinschauen, ne. Wie früher die YouTuber, die ihr eigenes Let's-Show-Format hatten. Ähm, da passt das ja ganz gut. Äh, und ja, keine Ahnung. Äh, lol, als ob ich habe nur noch eine, ein Stack Kartoffeln, äh, Karotten. Das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder was? Also, ja, finde ich gerade ein bisschen wenig. Ähm, was wollte ich mir noch holen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich wollte Redstone zurücktun, ne. War denn nochmal Redstone? War der hier? Ja, in einer der Kisten. Ich hatte doch irgendwie eine Redstone-Kiste, ne. Also, jetzt nicht in dem Sinne eine Redstone-Chest, sondern, ihr wisst schon, mit dem Inhalt, äh, Rotstein. Hier ist Rotstein. Sieht man mal. So, da tun wir mal das hier rein. Ähm, Truhen, naja, die passen nicht so. Vielleicht eher das, ne. Und, hab ich irgendwo Lapis? Äh, Yolt, ne, hab ich. Eine krasse Truhe, ist das. Tun wir mal hier Lapis rein. Dann, äh, wo sind denn Mob-Drops und so. Ah, weißt du was? Ich gucke immer lieber in die Kisten einfach so ganz schnell, weißt du? Dass ich alles, äh, ja, überall mal reingucke. Als, dass ich halt die Schilder lese, weil da bin ich immer zu faul. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Ich raffe das halt immer nicht. Äh, ich brauche immer so lange. Mein Gehirn arbeitet so langsam. Dass ich, äh, umsetzen kann. Okay, was steht jetzt auf dem Schild? Und was bedeutet das, äh, was da in der Kiste ist, weißt du? Weil bei Werkzeuge zum Beispiel, musst du halt überlegen. Okay, da sind halt auch Hacken drin zum Beispiel, wenn ich eine brauche, wie jetzt, ne. Und, ähm, ja, oder Bögen. Bögen könnten aber auch bei Waffen sein. Da muss ich mich immer erinnern. Okay, was hab ich jetzt wo reingetan? Und, das ist nicht so einfach, ne. Also, das YouTuber-Dasein ist schon ein schwerer Brocken, ja. Und, das kann man keinem empfehlen, weil das einfach so ein richtiger Struggle ist immer. So, ähm, ich glaube aber, hier waren die ganzen, äh, Rotten-Flash-Dinger und so. Äh, oder doch nicht. Naja, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich die auch mitgenommen in die andere Base. Äh, wo wir ja dann am Ende oder gleich, äh, dann hinten TP'd werden, ne. Werde ich also dann machen, dass wir einfach mal schon bei der Base sind. Und, ja, toll, ich hab schon wieder vergessen, mir Holz mitzunehmen. Ähm, wo hatten wir das? Ach ja, da weiß ich zumindest, wo es ist. Und zwar genau in der Küste. Weißt du, manchmal weiß man es einfach auf Anhieb, ja. Und oft aber auch nicht. Und, ja, leider ist, äh, das nicht umgedreht. Naja. So. Ich hol mal hier das Skelett mir kurz, ne. Und, ja, na komm her hier. Hä, was will der sich verstecken? Der spinnt wohl. Ja, und. Ich würd sagen, ähm, mal sehen, was da nächste Folge so abgeht, ne. Interessant, ne. Da werde ich ja nur vier Folgen bleiben. Habe ich ja schon mal angeteasert. Weil ich da einfach nicht weiß, was ich so lange machen soll. Und ich denke mal, das ist auch eine gute Möglichkeit, um dann durch dieses Rotationssystem, äh, einmal durchzukommen. Ja, äh, um das also ein bisschen zu verkürzen. Äh, bis wir dann einmal durch sind. Äh, weil, ja, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir uns dann teilweise viel zu lange aufhalten an einer Welt. Wenn ich einfach mal das Rotationssystem zumindest einmal, äh, schon durchhaben will, ja. Das, äh, ist eben so mein Anspruch. Und, ja, sonst hätte ich es auch nicht einführen müssen, so meiner Meinung nach. Das ist dann, oder wäre dann doch ein bisschen unnötig sonst. Und, ja, so finde ich es dann eigentlich ganz angenehm. So, warte mal. Ist das hier? Ja. Ja, okay, dann stelle ich mich gleich mal hier rein und stack mich hoch. Weil da funktioniert es am besten, ne? Und, ja, mal schauen. Ist halt immer komisch, ne, hier oben den letzten Block auch mit wegzumachen. Aber so hatte ich es halt auch hinten gemacht und ich will jetzt das nicht überall wieder ändern. Und, ja, ich glaube, das hätten wir schon mal. Dann kann ich hier nochmal kurz, äh, die Sachen glatthaken, ne? Jetzt dürfen wir aber nur noch von unten nach oben. Weil alles andere wäre Mord. Ah, ja, und hier müssten wir eigentlich auch noch, äh, Steine und so ersetzen durch Erde. Weil sonst, äh, ja, kann das ein bisschen hässlich aussehen, ne? Beziehungsweise ziemlich hässlich. Und, ja, keine Ahnung. So, ich mach mal hier die Karotten weg. Ist ein bisschen doof, dass man die nicht, äh, wie in manchen Modpacks so abernten kann mit Rechtsklick, weißt du? Da werden die gleich neu gesetzt und man hat aber die Drops auch, äh, direkt, ne? Das wäre halt ganz angenehm. Aber, naja, haben sie halt in Vanilla nicht eingeführt. Und wenn sie es in Vanilla einführen würden, würden sie es wahrscheinlich auch wieder so richtig umständlich machen, ne? Dass man dann irgendwie noch was in die Offhand nehmen muss oder so. Und dass es dann so richtig, äh, gar keinen Spaß mehr macht, ne? Weißt du, dass man sich so sagt, kein Bock mehr auf Minecraft jetzt nach sechs Jahren. Ja, okay. Dann gucken wir mal. Ein paar Kartoffeln kann ich nochmal mitnehmen, ne? Äh, und, ja. Was auch mal was wäre in Minecraft Tomaten, ne? Das könnte man auch mal einfügen. Gibt's ja in Modpack sicherlich, ne? In Modpack gibt's alles. Das muss man nicht, äh, irgendwie dazu sagen noch. Ähm. Aber in Vanillamaß und ein paar Tomaten hätte doch auch was, ne? Warum nicht? Weil, ich mein, wenn's schon Kartoffeln gibt, dann kann's ja auch mal sowas geben. Und Karotten vor allem. Weißt du? Ich mein, als wär das das Wichtigste hier, Karotten. So. Oder, dass man dann so Ketchup und so herstellen kann. Das wär doch mal cool. So Soßen. So, äh, Mayonnaise und sowas. Das wär mal ne Idee. Hm. Aber da kommt immer keiner drauf. Da kann man dann hier so ein McDonald's eröffnen. Kannst du noch so Pommes machen, ja? Und so McDonald's Tüten. Und, ja, alles mögliche halt, ne? Was, also die ganze Bandbreite muss ja dabei sein, ne? Sonst, äh, ich meine, es muss ja auch in Minecraft ein Fastfood-Leben, äh, ermöglicht werden. Ist ja klar. Oder Pizza, Döner, weiß, das muss es ja alles geben. Das wär doch mal was. Ja, keine Ahnung, fänd ich lustig. Gibt's auch mit Mods sicher. Das muss ich nicht dazu sagen, ja? Also, wie gesagt. Mit Mods gibt's alles. Da gibt's auch, ja, haben wir in Vanill gesehen? Da gibt's Scheiße, ja, als Item. Das, das, ja, da gibt's einfach, äh, alles, was noch nicht mal erfunden wurde in Real Life. So. Ja, jetzt haben wir hier zumindest erstmal das einigermaßen fertig. Ich meine, angepflanzt ist noch lange nicht, aber das kommt schon, ne? Ganz bestimmt. Ich meine, gut, wir sind ja dann noch, äh, dann noch mal hier. Und da kann ich ja dann noch mal anpflanzen. Da werde ich sicher auch das hier noch schöner bauen oder so. Lass ich mir noch was einfallen, ne? Und, ja, vielleicht auch so Weglaternen oder was weiß ich. Da kann man vieles machen. Und, ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt schon mal rüber und tp-e mich. Und, äh, dann mache ich einen Cut und wir sehen uns dann aber im Original-Texture-Pack wieder in der anderen Welt, oder? Nö, ich kann eigentlich auch das Texture-Pack drin lassen. Weil das hatte ich jetzt die ganze Zeit drin und ich würde dann wahrscheinlich auch ein Thumbnail dort machen und da will ich das dann ja auch drin behalten, das geile Texture-Pack hier, ja. Ist ja einfach zu krass, um es rauszutun. Und, ja, ähm, dann würde ich sagen, bis, äh, gleich. Kurzer Cut. Ja, sieht eigentlich auch ganz cool her aus, muss ich sagen, ne? Und, äh, ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns mal an, was ich so vollbracht habe dieses Jahr quasi, ja? Ich habe auch hier einiges im Inventar, ne? Also ich bin mitten im Workflow sozusagen. Also zumindest in-game. Und, ja, dann gucken wir mal. Hier hinten haben wir ja das Parkplatzschild, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Dann hier das Dorf hatte ich letztes Mal reichlich gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich da noch, äh, das auch gezeigt habe, dass ich hier diese Flüsse habe und so, ne? Die habe ich dann eben auch noch gesetzt. Und, äh, ja. Ich finde das eigentlich relativ vollkommen, hier das Dorf, ne? Und das, äh, kann man schon so machen. Ich glaube, ich habe überall jetzt auch Fenster drin. Ähm, ja, genau. Hätte ich alle ergänzt. Und, ja, das, äh, finde ich eigentlich, war ein schönes Projekt damals. 2016 hatte ich das gemacht, ne? Und, ähm, danach habe ich dann, glaube ich, hier hinten, genau, das habe ich dann als nächstes gemacht, hier. Oder das dekoriert. Äh, ich denke mal, das habe ich ganz gut hingekriegt, ne? Vorher war ja hier nix Ewigkeiten lang und ich wollte ja eigentlich immer was draus machen und bin nie dazu gekommen. Und jetzt habe ich aber endlich dann hier mal auch so ein paar Wege gemacht. Einfach so ein Park, ne? Mit so einem See und, äh, diesen Bänken und so. Äh, könnte man sich ja auch noch ein bisschen verändern. So mit mehr Büschen und so. Vielleicht noch hier oder so würde noch was hinpassen. Aber, ja, so im Großen und Ganzen sieht es erst mal ganz gut aus. Hier ist auch noch Zeug drin. Und, ja, dann habe ich, glaube ich, hier noch ein bisschen was angepasst und so. Ich kann ja mal gucken, hier unten. Äh, hier ist eigentlich jetzt ein riesiger Hohlraum. Da könnte ich eventuell auch noch, äh, irgendwie so eine unterirdische Stadt bauen, ey. Da hätte ich auch echt mal Bock drauf. Und das sagt man irgendwie immer so, wenn man so geterraformt hat. Aber man macht's dann nie. Das ist so das Problem. Und, äh, naja, die Ruine kennen wir, glaube ich, schon. Und, ja, dann kommen wir hier zum nächsten Neuen. Das hier ist dann das Schloss. Also, die Brücke hier gab's ja schon. Aber hier dieses fette Schloss, was, äh, so, ja, keine Ahnung, so schräg gebaut ist vor allem, ne, in diesem Baustil. Das gab's eben damals noch nicht. Und ich glaube, ich muss den Turm hier auch mal fertig bauen, weil der ist vollkommen unfertig, wenn ich mir das hier so angucke, ne. Ähm, hier hinten hatte ich dann auch noch geterraformt. Das ist noch gar nicht so lange her. Äh, und, ja, hier habe ich dann eben einfach mal, äh, so eine Burg gebaut, ne. Einfach mal so auch schräg, um auch mal diagonal in Minecraft was zu bauen. Fand ich mal ganz interessant, ne, so. Und, ja, keine Ahnung, gefällt mir eigentlich. Ähm, da habe ich dann eben hier auch diese Zinnen und so gemacht, ne, wie man das kennt. Und ich gucke noch mal von innen. Äh, ja, hier haben wir dann eben hier oben so einen Ausblick mit so ein bisschen Glas und so. Und hier innen eben so einen Boden, noch nur eine Kiste hier, wo auch wieder Zeug drin ist. Fast das gleiche wie in der anderen. Und, ja, hier dann eben auch wieder dieses Muster und unten. Und, ja, ich war eigentlich damit ganz zufrieden, aber so eine richtige Funktion hat die Burg eigentlich nicht, ne. Soll eigentlich nur mal so ein bisschen, ja, da sein, weil es sich ja eigentlich herpasst, ne, so mehr oder weniger. Ich meine, ja, wir haben hier so einen Berg und irgendwie passt da so ein Ding hin. Und, da habe ich mir gedacht, warum nicht? Aber hier fehlt irgendwie noch so eine Stütze oder so, weil das sieht sehr komisch aus, vor allem da. Das muss ich alles nochmal anpassen. Also so Details müssen hier in der Welt definitiv noch gemacht werden, ne, mit der Zeit. Und, ja, da gibt es noch einiges zu tun. Ich glaube, hier die Mauer hatte ich auch fertig. Ne, hier hinten, das habe ich noch gemacht. Das war noch nicht damals. Und, ich weiß nicht, die Tierstelle habe ich, glaube, auch noch etwas erweitert. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ist aber auch nicht allzu spektakulär. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das hier damals schon gab. Hundestall. Stimmt. Hier, das war ein Hundestall. Vorher war der Glaube da an der Wand. Und, äh, ja, jetzt habe ich eben hier so Häuser hingesetzt, ne, so in einer Reihe, so Mini-Dinger. Ich weiß auch nicht wozu. Wahrscheinlich für irgendwelche Tiere auch so, Stellplätze, keine Ahnung. Da eben für die Pferde oder so, mit Heu, äh, noch so ein paar, äh, Plätze mit Pferd 1 bis 3 beschriftet, ne. Das sind kreative Namen. Und, ja, hier ist noch ein bisschen Zeug. Also ich habe überall so Kisten, ne, wo ich mitgearbeitet habe und so. Und, ja, ich weiß gar nicht, ob hier damals schon diese Treppe hochging, aber hier hinten, die ging noch nicht runter, denn die habe ich erst, ja, vor noch gar nicht allzu langer Zeit gemacht. Und hier habe ich eben so neue Felder nochmal gebaut. Einfach so zur Deko, ne, bisschen rote Beete, bisschen Weizen und Netterwarzenfeld. Ich glaube, das hatte ich vorher noch gar nicht so großartig. Außer in meiner Hauptregion damals, ne. Da hatte ich das mal. Ähm, aber ich bin ja dann irgendwann umgezogen. Und hier brauchte ich das eben dann noch. Und, ja, hier habe ich noch so eine kleine Oase jetzt gebaut. So ein Mini-Teich mit so einem, ja, überdachten Ding. Dann hier noch so ein paar Bänke. Hier wollte ich aber eigentlich auch noch mehr hinbauen. Und, ja, hier noch so ein Pavillon. Den habe ich mir irgendwie so ausgedacht, so nach und nach. Und irgendwie finde ich den voll cool, ja. Also, ich weiß nicht, der gefällt mir. Ähm, der ist zwar hier vorne noch ein bisschen leer, aber da war ich auch zuletzt jetzt am Werk. Und vielleicht kann ich da dann einfach noch ein bisschen was ergänzen. Und dann bin ich am überlegen, was eben hier noch so hin kann, ne. Vielleicht kommt hier einfach so eine Farmstation noch weiter hin, weil das würde hier passen. Äh, wenn auch nur Deko-mäßig und so. Vielleicht noch Karotten, Kartoffeln, etc. Und vielleicht kann man hier das so aufschütten, ne. Dass hier es überall so einen Berg hoch geht, dass diese Mauer auch einen Sinn hat, so zur Abgrenzung. Und, ja, das fände ich ganz cool, wenn ich eben die Stadt dann immer weiter erweitern könnte. Vielleicht auch hier im Sumpf, ne. Vielleicht kann man hier was hinbauen. Das, äh, sieht nämlich noch ziemlich komisch aus hier. Und, ja, da kann man bestimmt was machen. Ist nur die Frage, was, ne. Ich brauche eben immer erst mal Ideen. Und die sind nicht so, äh, so einfach zu bekommen. Und, naja, keine Ahnung. Hier zum Beispiel den Wald könnte ich noch erweitern, ne. Dann könnte man ein bisschen nach hier hinten noch irgendwie so weit pflanzen oder keine Ahnung. Würde auch gehen. Ähm, ja, aber das wäre es erst mal im Großen und Ganzen gewesen von der Welt. Ähm, in den anderen Regionen habe ich eigentlich nicht so viel gemacht, ne. Ich habe ja auch noch ein paar Teleports. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, hier hinten, ja, genau, da habe ich einen Teleport zum Dorf. Das war das. Ähm, und dann eben zur Hauptwelt, ne. Aber das muss ich jetzt nicht zeigen. Das hatte ich 2013 schon gezeigt. Oder weiß ich nicht, wie oft, äh, oder wann zuletzt, ne. Ich kann ja einfach mal hier von ein Thumbnail machen, weil das ist so das, wo eigentlich, ja, doch am meisten passiert ist, schätze ich mal. Aber vorher gehe ich natürlich noch mal auf Time Add irgendwas, ne. Und dann können wir hier, ja, schön ein Bild machen, ne. Und ich denke mal, das passt dann schon, ne. So als kleines, äh, Overview jetzt für diese Folge. Also es ist wieder ein bisschen was passiert, ne. Und mal sehen, was man so beim nächsten Let's Show alles entdeckt, ne. Oder was dann hier so alles neu ist. Da bin ich mal gespannt. Wird ja aber wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern, weil, ja, bis ich da hier dazu gekommen bin, ein bisschen mehr zu bauen, zieht immer erst mal, äh, gut und gerne ziemlich viel Zeit ins Lande, ne. Und, ja, mal schauen. Vielleicht bin ich ja so richtig produktiv und raste mal richtig aus hier, sodass es sich richtig lohnt, dann was zu zeigen. Oder ich hab noch was vergessen jetzt, da kann ich das dann auch mit zeigen. Mal sehen, ne. Jetzt erst mal tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.